Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Flashpawn und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns illegale Tuning-Teile an, die man ans Motorrad nicht anbauen darf. Finde ich sehr schade, weil das sind jetzt Teile, die mir persönlich relativ gefallen und zusagen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Bis dann, haut rein! LED-Kids In der STVZO § 49a Absatz 1 ist festgelegt, dass an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern nur die vorgeschriebenen und zulässigen lichttechnischen Einrichtungen angebracht sein dürfen. LED-Kids verändern das Signalbild des Fahrzeugs und erzeugt unnötig Aufmerksamkeit. Außerdem kann es andere Verkehrsteilnehmer irritieren. Bei nasser Straße könnte es zu einer direkten Reflexion des Lichts kommen, sodass durch den direkt reflektierenden Anteil andere Verkehrsteilnehmer behindert oder belästigt werden können. So, das war jetzt die Aussage der Deutschen Straßenverkehrs- und Zulassungsordnung. Angel Eyes Angel Eyes, auch Demon Eyes oder Standlichtringe genannt, die man im Nachhinein einbauen lässt, sind verboten. Ich kenne es nur von BMW, dass es die ab Werk gibt, je nach Modell. Von anderen Herstellern kenne ich es noch nicht. Deshalb deren Image, sage ich mal, dieser böse Blick, finde ich ganz cool. Jegliche Veränderungen am Scheinwerfer sind in der Regel sowieso verboten, da es ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist. Kurz und knapp, alles illegal, lasst es sein, sonst wird es teuer. D-Cat Das Entfernen des Katalysators durch Rausschneiden oder durch den Kauf einer Komplettanlage ohne Katalysator oder Einschubkatz ist verboten. Wenn dein Fahrzeug von sich aus den Kat hat und du ohne fährst, heißt das für dich im Klartext deine ABEs erloschen. Demzufolge folgt eine Stilllegung deines Fahrzeuges, eine Anzeige wegen Steuerhinterziehung, eine fette Geldstrafe und natürlich Punkte in Flensburg. Der Grund ist halt der, dass deine Abgaswerte und deine Dezibelgrenze nicht mehr eingehalten werden. Schade eigentlich. So Leute. Ich hoffe, ich habe nichtsdestotrotz. das video hat euch gefallen ich muss jetzt hier leider einen cut machen weil meine stimme verlässt mich so langsam ich bin ein bisschen krank geworden deswegen muss ich das video ein bisschen kürzen ich könnte euch noch viel mehr sachen zeigen beispielsweise auspuffanlagen ohne e-nummer von toast exhaust m4 exhaust noch two brothers auch ganz geil night raider mode für die z1000 xenon birnen alles mögliche gibt es ihr könnt ihr gerne noch ein bisschen was in die kommentare schreiben was ich auf jeden fall vergessen habe gibt tausend sachen wie gesagt und ja falls euch das video gefallen hat gerne einen daumen hoch ihr könnt mich abonnieren wenn ihr wollt bei instagram folgen um aktuell zu bleiben und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten video ich wünsche euch was fahrt vorsichtig haut rein ja 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 ja